Hallo, ich bin Rainer, ich leite das Technical Design Office von Implenia. Und heute sind wir hier in München auf der Baustelle Marienhof, wo wir euch zeigen wollen, was wir im Technical Design Office von Implenia alles machen. Im Technical Design Office kümmern wir uns um Tragwärtsplanung. Von der Angebotsphase bis zum Ende von einem Projekt während der Ausführungsphase. Wir erstellen Statiken, Schalungspläne, Bewährungspläne. Das Spannendste an unserer Arbeit ist, dass wir in der Ausführungsplanung von komplexen Infrastrukturprojekten dabei sind und die dann auch zu etwas Eigenem werden. Bei mir zum Beispiel ist es die Vierte Röhre Elbtunnel, die ich am Anfang von meiner Berufslaufbahn mit bearbeiten durfte. Und wenn ich jetzt von Schleswig-Holstein Richtung Süden fahre, fahre ich immer ganz rechts auf der Autobahn, damit ich auch wirklich durch die Vierte Röhre fahre, weil das ja schließlich meine. Wir sind immer auf der Suche nach erfahrenen Leuten, die Lust haben auf Tragwärtsplanung, und gerne Teil unseres Teams werden möchten. Bewirb dich bei uns und klicke auf den Link in der Bio.